Ey, der hat mir... Pass auf, hinter dir! Tiag, ich kann nicht hochgehen. Nein, Tiag, nicht hüten! Der hat ein Team gemacht! Ja, ist mir doch egal. Der hat mir... Der hat mir einen Eisenhelm und einen Holzschwert gegeben, du bist es doch... Ey, Leute, was geht? Abis hier und so. Und jetzt spielen wir erstmal ne Runde zu Vibegames. Und haben viel Spaß. Mach einfach genau die gleiche Begrüßung wie beim letzten, weil ja, Abis sind da dabei. Und wir spielen wie auf Drenn. Oh, nice! Ich hab so geile Sachen. Ich hab ne... Ich hab nur Hose und Essen. Schnell weg, Jal. Ich hab ne... Ich hab ne Eisenachs. Abis, links, links. Komm mit. Ich renne! Tiag, willst du ne Eisenachs? Ich zieh euch alle ab, ey. Ich sag's euch. Nein, nimm die. Machen wir ein Team? Ja, ja. Ich hab ne Vollrissi hab ich gekriegt. Ich nicht. Hast du ein Schwert? Ey, Tiag, willst du meine Axt haben? Meine Axt. Vollrissi mit Schwert. Und ich lauf grad meine Runde. Ich hab keine Waffe. Fuck die. Tiag, willst du meine Axt haben? Nein. Und ich hab keinen Plan, wo ich längs laufe. Yolo. Kann ich mit der Axt üben, ob jemand abhört? Das ist einer. Das ist einer. Warte, hier war noch ne Kiste irgendwo. Ich glaub, hier Wasser ist eine. Oder nicht? Nee. Dann war da vorne ein Tempel. Nein, da ist einer! Der hat ein Schwert! Nein! Ey, komm, kommst du es vorhin, kommst du es vorhin, kommst du es vorhin. Bitte, 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 bitte. Nein, können wir nicht. Oh, fuck. Nein, der ist unter mir! Ah! Ah! Tja, ist es noch weit? Also bist du da? Wie bitte? Nein! Nee, nichts. Ich chill dir mal da, hier. Hier, brauchst du euch zum Spawn? Oh, ja, bitte! Aber ich hab ein Schwert für dich. Komm zum Spawn, Mann! Wir können da jetzt nicht hin. Nimm das mit, nimm das mit, doch, lass das hin, oder? Da hinten ist einer, den töten wir und dann... Der blockt. Ganze Schwert. Ja, los, 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 los. Aber ich nimm... Nimm du die Axt, die macht mir Schaden. Meine Eisen-Axt? Ja, die macht mir Schaden. Ich kann nicht, ich kann nicht hochgehen. Ey, der hat mir... Pass auf, hinter dir! Tja, ich kann nicht hochgehen. Nein, Tja, nicht töten! Der hat ein Team gemacht! Ja, ist mir doch egal. Der hat mir... Der hat mir einen Eisenhelm und einen Holzschwert gegeben. Du bist... Ach, du bist das, Bobbe! Also hier, Leute, da. Jetzt kommt schnell mit. Ich hab nämlich die Pute. Oh, Mann, das war gemeint, Tja. Ja, ist mir doch egal. Mann, das ist Survival Games. Ja, und der war mal ein Netzschwert. Ja, ich hatte gar nichts... Ja, ich hatte gar nichts... Ja, ich hatte gar nichts. Er blockt... Hinter die Bombe! Ah! Ah, Abi, Abi! Oh, du hast mir drei Herzen mal. Bist du dumm? Ne. So, jetzt kommt mir hinterher. Ich kann nämlich... Hier ist die Bombe. Alle Tiag hinterher, Abi. Hast du gehört? Willst du ne Hose haben, Momme? Hinterher, nicht weg! Ey! Bist du dumm? Ich hab die Map vor... ... fünf Minuten nämlich schon mal gespielt. Bitte nicht den Schalter drücken. Warte. Erstmal Pilzsuppe, kann man das essen? Ja, komm. Was ist das denn für ein Schalter? Drück' mal. Eigentlich geht dann hier hinten was auf. Hier ist ne Kiste. Nice! Also, ich hab was für euch. Was ist hier, wenn ich da in denen das zumachen? Nein, 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 nein. Hä? Hier, Leute. Ey, ey, gib das Vorherzeug, damit will ich pro. 2 2 2 1 Warum hast du das bekommen? Ich stand doch näher dran Da habt ihr noch ein Schwert Habt ihr alle ein Schwert? Das kann Mom haben Wenn er möchte Habt ihr alle ein Schwert? Ja Ich hab ne Axt, aber egal Müssen schnell sein, damit die anderen Kisten noch nicht Wenn sich jemand was craften will, kann er das hier tun Warte, hab ich was? Warte, ist das so ein Exzent? Hat jemand Weizen? Hat jemand Weizen? Ja Geht da nicht rein, da kommt er nicht mehr raus Schnell Egal, wo kann ich denn hier was craften? So, Moma, hier ist jetzt gleich ein Secret Scheiß drauf Ich musste ins Wasser springen Warum haben wir so geile Rüste? Oh nein Fuck, ich bin da runter geflogen Dann drück mal den Knopf da So, drück mal den Knopf Ah, wie? Ah, halbes Herz, ne? Jetzt drück den Knopf Moma, jetzt drück den Knopf Nein, hört auf, hört auf Ich sterbe hier im Moment Lol, wie geil So Nichts machen, nichts machen, nichts machen Moma, nicht, nicht So Moma, nicht, nichts machen Junge Wenn ihr, guck mal Weil die gehen jetzt nämlich zu So Hier Ein Eisenhelm Ja, meins, meins Komm, Moma, du hast schon einen Ja, hier Ja, hier Räderstiefel Ja, gibt's natürlich den Gebrauchten, ne? Meiner's auch gebraucht, du Ich erstreite Oh Mann Das ist so gemein Das war so gemein von dir, ne? Er blockt Ich hab rein gar nichts Ich hab nur Essen Er blockt Warte Schmeißt mir einen Eisenhelm und ein Schwert hin Tiago und dann Bam, 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 bam Tot Habt ne Enderperle Und nen Bogen Scheiße, ich häng hier drin Irgendein liebevoller Mensch Und Tiago Boah, ich back hier erstmal Ey, das ist ein Nabel, das ist ein Nabel Vorsicht Hier unten, hier unten, hier rüber Kommt zu mir Hä, wo? Lol, doch nicht, doch nicht Nein Moma, wo seid ihr? Er hat mich einmal gehittet Moma, kriegt was zu essen? Ich muss ein bisschen auffüllen Achso, ich hab gedacht, ihr seid gestorben Okay, warte, warte Hat jemand Pfeile von euch? Hier, Bogen Äh, nee, ich hab keine zufällig Moma kann am besten mit Bogen kommen Ich hab drei, jetzt hab ich vier Bogen So, ihr habt alle ein Schwert, oder? Da liegt ein Bogen Ey, hol dir mal einen Bogen ab Jeder Wo denn? Hier liegt doch einer, da Und jetzt noch Tiago Nicht auf den Pfeil Ich bin eigentlich nicht schlecht Hier war schon jemand Tiago Ja Ja, ich hab keine Pfeile Ja, ich auch nicht Okay Gut So, jetzt ging das hier rüber Ich hab nicht mehr so viel Essen Ich hab Ey, ich hab reichlich, Leute Ich hab reichlich Egal, ich brauch jetzt nichts Booste nicht die hat Danke Darf ich auch boosten? Ja, los Nein, nein Ui Ich dachte, du meintest nicht Ui Was, wie viel hau ich dir eigentlich? Ui Ey, lass das mal bitte Mit der Hand? Keine Ahnung Null, glaub ich Nein Doch Das verkehst du im Baum? Ja Ach was Ey, hier ist so eine Melonschachtel Nein Mal essen Ja, ich hab die Maschungsdien Lecker Melon Aber meine Route ist geil, oder? Ja, lass den mal in die Häuser Äh, noch Wir haben noch Drei Gegner Ne, zwei Zwei Gegner Ich würd aufpassen Hier kann man runterfallen Oh ja Wo? Hey, geh von unten Da ist nichts Werde nicht, fallt er gleich runter? Ich hab das eben schon mal Momme, das war da, wo du mich angerufen hast Eben Wo du durch den gestorben bist? Ja Oh, sorry Weil ich hier Ich war direkt am rüberspringen Hau, hör, hör Ich wollte dich runterhauen Alter, wenn du das mal Probierst du das nicht bei mir Weil ich von der Pro runterfliege Alter, hier ist ne Kiste Komm, ich hier wieder Oh Ich glaub, ich kann meine Kiste hoch, oder? Go, Abi, das schaffst du Go, Abi Attack Scheiße Abi ist gestorben Ja, Entschuldigung Leute, ich hab hier Sachen, ne? Ja, Abi Abi interessiert das nicht mehr Bis morgen Was? Ciao 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 Hey, ey, wo bist du, Tiag? Ume, soll ich die Enderperle Ey, gleich ist Shodan, gleich ist Shodan Ich hab auch ne Enderperle Hast du Pfeile jetzt? Nein, aber hier ist noch eine Kiste Da kommt man nur raus Da kommt man nicht mehr wieder raus Wann fängt der Shodan an? In 99 Sekunden Ah Alter Ich bin runtergefallen Tiag Du bist aber nicht gestorben, oder? Ich bin gestorben Ich bin grad runtergefallen Und ne, Aufnahme ist jetzt für'n Arsch Du schriftest doch nur Scherz Siehst du Wusstest ich Okay, komm Ja, ich chill hier unten jetzt Ich kann da alles einmal sortieren Was war da drin? Crafting Tableau Oh, was war da drin? Wo drin? In der Kiste Ja, ich weiß nicht, wo hier ne Kiste ist Da ist ne Kiste Wo? Bist du blöd? Hier hinten Nein, blöd bist du nicht Ja, hier Weiter über Oh, da komm ich nicht mehr hin Ha, 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 ha Schlecht Er kommt Warte Ich hab ne Enderpelle, aber die will jetzt nicht verschwenden Ich geh da runter Tiag, im Showdown Ist nicht runterfallen Im Showdown machen wir, äh Zu Anfang Team Töten den ein Und dann machen wir fairen Endkampf, okay? Ja, ja, so wie immer Gut Mist, ich hab keinen Bogen Hast du noch was zu essen für mich? Was willst du denn? Also Irgendwas für gleich Hast du ein Crafting Table? Ich kann einen bauen, aber den kann man hier nicht mehr hinsetzen Schade Setz ihn noch da vorne hin Kann man nicht hinsetzen So Ich dachte, das ging nur auf Ging nur auf ne bestimmte Ebene Ich hab noch, äh Zwei rohe Fische Ein Brot Gib einfach jetzt ein bisschen was Bevor das schon anfängt Schneller Komm nicht ran Okay, reicht, reicht Danke Schnell goldenen Apfel essen Per Momme Das ist nur der, ne? Ja, den haben wir, den haben wir So tun, als ob wir Der Enchant ist das Eisenschwert Egal, töten wir Aber ich hab ein Feuerzeug, Alter Dann skill ich ihn weg Okay, so tun, als ob wir uns töten wollen Lol, der hat mir voll getroffen Stirb Junge, stirb Ja Gut, gut, stopp, stopp, stopp Ich bin fast tot, Alter Ja, okay, warte mal Mach jetzt mal Essen hier Wie viele Rüstungspunkte hast du? Ja Genau mit gleich vielen Rüstungspunkten Ich hab zwei, vier, sechs Komma fünf Sechs, ja ich auch Dann können wir das jetzt so lassen Ja, warte Um sechs Komma fünf und, äh Hast du noch Absorptionsherzen? Nein Dann ist jetzt nur noch erlaubt, äh Schwert und Feuerzeug Ja, willst du na Ja Ja, Feuerzeug, ne? Hahaha Okay, YOLO Wieso? Gut Warte, warte, ich bin noch nicht voll Ich bin noch nicht voll Ich muss noch was essen Ja, ich auch nicht So, jetzt bin ich voll und ich hab alles voll Du auch? Gut, go Ja, nice Scheiße Okay Oh, vielen Dank fürs Zuschauen Ich hoffe, es hat euch gefallen Yo, yo, yo Auf und rein, bis zum nächsten Mal Auf und rein Ciao